einen wunderschönen guten abend euch allen da draußen morgen mittag nacht diverses die werden es ist genau und nicht die fehler nicht einsam so ja letzter tag im winterne und dann werden wir gleich auch schon den ersten tag im frühling dann miterleben und ja erst mal gießen ist man dann auch nicht mehr wenn wir dann die iridium sprich genau das sind ja gar nicht die ich glaube wir haben gerade ganz anderes problem wir haben gar kein heu mehr ja dann müssen wir mal eben zu machen ja mache ich dann wohl nachher eben noch eben hier die maschinen laufen bringen okay okay das hört man ja gerne das ist aber auch also ich könnte jetzt auch eben gehen ich habe nichts zu tun genau und dann können wir auch schon bald dann wenn das dahin passt das schlagen gefängnis genau den schleimstall war ich weiß es nicht wahrscheinlich kann man so einfach wirklich nur verkaufen ich habe keine ahnung ich bin gespannt nach dem sound sollten wir auch bauen sollten wir auch wieder bauen ja und dann gras dort an pflanzen das einfach abgasen ja richtig irgendwie geht das schon irgendwie ja gut dann kaufen wir mal ein bisschen heuer gott ja immer so 200 ja oder ich mache einmal richtig voll ich glaube 240 passt da rein machen wir einmal richtig voll okay geil jetzt habe ich ein heuer zu viel egal schnell den armen fischern was zu fressen gehen so dann wollen wir doch mal cool jetzt haben wir noch ein heu das ist das ist das ist das ist das ist die da hinten perfekt so einmal zu den kühe ok ich baue dann die schränklern und eigentlich bräuchten wir Zäune jetzt ist ja gut ja gut ja gut wir dafür in holz genug durch am besten wäre sogar hart holz das wäre wohl besser das stimmt aber das ist ja noch utopischer gerade glaube ich ich guck mal gleich nach und ich müsste noch ein bisschen was dabei haben also dabei habe ich gerade 42 und 25 normale 41 wie weit kommt man damit ist halt auch recht nicht viel ich gucke mal eben in den kisten ob da noch irgendwo was ist vielleicht auf jeden fall noch mal was ich meine um die ist eigentlich nur der stallbereich sein das könnte vielleicht passen ja sonst laufen die viecher wiederum ja das stimmt das ist ja genau machen wir den alten zaun genauso wir war also nicht den alten zahlen sondern der alte zahlen der da so machen wir die pöller können ja eigentlich das stehen lassen die sind ja noch da einfach ein pinker plüschstuhl gott ok koste aber sie mal na gut bei dem händler bei der händlerin nach du spiel so genau ich wollte ja gucken wir haben da wir haben noch acht holz zahlen fertige sogar in der kiste drin und er überlegen zu neun jahren irgendwie schon naja und ein tor haben wir auch noch aber wir brauchen noch mindestens zwei toren wenn wir drei tore ich hab jetzt mal mit den zwei dabei auch das waren gar keine zahlen ok gut dann habe ich drei tore ok gucke ich erst mal wie weit ich mit den sachen komme aber schon mal aber hart holz zahlen ist nur normale holz und haben wir noch acht stück von aber acht stück ist eigentlich auch blöd sind wir deswegen dann macht das wenn wir die felder neu gesteckt haben ja stimmt da kann ich auch besser mit ja genau mache ich das später dann wenn die felder da sind ja genau 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 haben wir schon 16 uhr lohnt sich jetzt schon fast gar nicht mehr angeln zu gehen die jody wäre ich reich würde ich als erstes ein dienst mädchen und einen koch einstellen über das vernünftig kann man wohl mal machen mir bloß zu blöd nach was soll sich gern von bisschen leer da kommt sie auch gerade hallo mein schatz nimmst du dir einen tag frei nein immer noch nicht aber ich habe die löwenzeit für dich sehr schön so wie viele herzen jetzt eigentlich bei ihr immer noch 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 8 8 ok na gut wenn man machen muss die noch voll kriegen und dann muss ich heute abend meine kneipe gehen dann kriegt ihr bestimmt voll ja dann gehen wir zu hause noch ein bisschen angeln hat ja alles keinen sinn so erst mal die gegend nach so klein ja okay dadurch haben wir auch viel leben bekommen dass wir ja das ist wohl über wir brauchen wir sehen man wird gesehen man erntet was man sehr er ist ja in dem spiel tag und erntet was man nix verwerflich ist dran wir haben sieben auch nicht schlecht geht auch voran als das kann man wo man machen und man davon vielleicht auch ein blumenstraße kann ich ja erst wenn man die acht hat das kann man erst bei acht auch so ok kann man dazu die nacht den hast du denn sonst eigentlich noch so mit wem bist du sonst noch so befreundet oder da sind nicht so viele leute hat ich guck mal eben nach dem fisch hier also unfreiwillig bin ich sowieso dann mit anderen befreundet ich habe mich ja nie mühe gegeben irgendwie ich bin ja gut bei pen habe ich natürlich zwei herzen die hat mich gegeben ja mani habe ich ein herz und robben und das war schon ich habe sechs beim zauberer auch ein zauberer ich weiß was der auf was der steht 5 bei lehrern 3 2 klemm 2 leines 2 gast 2 george 2 will die ein ja gut was den leuten auch mehr zuneigung geschenkt als ich hätte ja sagen würde ich kurz einfach nur mal wissen naja ist gut er sein kann dass du auch noch ein freund hast und die mich nicht nur japan anscheinend aber mit der gehe ich noch mal zwischendurch einen trinken so richtig die gute weihnachtslipo auch schon ab oder wir lassen sie ja das mit kopf für sommerzeit passt das nicht so was ist denn da los ok so was kann natürlich auch mal passieren leute aber ist ja nicht schlimm da oben schlägt macht er die weihnachtslipo einfach kaputt ist doch noch liegt der schnee aber na gut na gut bin ich ja mal gespannt wie das mit den sprinklern so wie das erspart uns einige arbeit nachkommen es wird spät dann gehen wir auch schlafen mal eben die fische weg bringen so viel was er tatsächlich gar nicht schade so dann könnte man mal schlafen gehen da bin ich wieder pünktlich zum schlafen gehen perfekt ja perfekt so frühling bin ich ja mal gespannt und warum dauert das schon wieder so lange es kommt jetzt vielleicht noch was zum jahres ende ich weiß es nicht ja es kommt wahrscheinlich was zum jahres anfang irgend so ein frühlingsfest war so ein mist wahrscheinlich na gut mayonaise hatten diesmal nur eine gesammelt hat auch so wärmer ja auch obwohl wir noch ich habe wohl irgendwie noch ein paar drei oder so nach dem kraft aber mehr war das auch nicht ok ja gut perfekt so jetzt bin ich ja mal gespannt ich auch ich auch schade es gibt und echt nicht zum ende nicht noch mal ein paar irgendwie das stimmt das hätte man echt mal machen können warum gehen wir mal gucken wie es im frühling aussieht ja guck mal es wächst schon wieder alles hier kennt ich auch hallo mein name ist kind ich bin der was ich bin erst letzte nacht zurückgekommen aus dem ausland meine frau meinte dass ein neuer besitzer wird meine abwesenheit eingezogen sei richtig und was möchte ich jetzt nun ich wollte mich noch mal vorstellen man sieht sie ok dankeschön sind ja nette nachbarn hier also man ja sagen der preis für rohmaterialien den robbins und klinzladen ist gestiegen und nö warum das denn was doch rohmaterialien die brauchen wir nicht selbst das ist ja auch der pferdestall fähig ok so rohmaterialien das wäre sowas wie erz und sowas ja ok ja gut so heute geht es ins springlermachen erst mal jo macht das schon mal ich kümmer mich eben ums geschäft hier alles zugewuchert direkt alles wieder weg machen furchtbar die wege gehen ja auch kaputt irgendwie ja die gehen auch irgendwie kaputt ist mir auch schon aufgefallen ja alles geht kaputt ist aber auch also das wege länger nur ein jahr halten das ist aber schon sehr naja sehr dürftig hier alles keine gute bauqualität die man jetzt das kann so laut sagen ok das wird jetzt ein kleine sollen wir dann hier schon mal einen neuen auf jeden fall direkt sagt ja 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 das kann ich ja eigentlich mal eben so so gucken was da so über das unkraut furchtbar 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 so und gucken doch mal was es gesagt gibt ich muss alles ein weiter nach rechts bauen ja weil das eine felder das sieht zwar nach fällt also wir hätten passt die nakensaat bohnen blumenkohl kartoffel tulpen grünkohl ziel auch knoblauch ja und gras halt ne von allem wie viele felder haben wir dann 27 aber das habe ich da noch nicht so wirklich erst mal die würde ich sagen die länger brauchen die länger brauchen okay dann müssen wir bohnen und blumenkohl dauern am längsten bohnen und blumenkohl richtig viel blumenkohl 100 blumenkohl und auch von 100 bohnen wahrscheinlich ja stimmt können wir machen 100 bohnen und 100 blumenkohl genau genau der rest kommt dann später sind natürlich jetzt erstmal immense ausgaben ja das ist wohl so wenn wir die erstmal verkaufen ne oh ja perfekt das hat jetzt aber meinem konto weh getan ja na gut das ist Investition eine goldige Zukunft ja das gibt bestimmt ordentlich Schotter hm 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 so dann kann ich ja theoretisch ach ne du musst das nochmal eben umbauen wo ja und du kannst schon mal Dünger herstellen ja oh Gott wie macht man das hier nochmal ähm einfach Harz nehmen und dann craften probieren ok ok ah nein ah nein so hm ich brauche länger als äh du liebes ach ich hab ja noch eier warum mach ich denn noch nicht keine mayonaise nicht noch dem lack scheiße ja verbaut ja ok so war mit den haaren da ist hart so hart und dann ich bin noch ein idiot ey warum hab ich das doch gerade richtig gehabt schon na das sind zwei Fälle hier zwischen nein das ist nur eins das ist glaube ich das ist nur eins ja ja nach oben ist es nur eins oder oder sind das ne aber hier zwischen sind zwei ja genau ok jetzt habe ich dir gerade nicht zu was muss ich hier nochmal mit dem Harz machen um da Dünger auszukriegen ok im Menü ach im Menü einfach ok äh wir könnten auch anderen Dünger herstellen Vitrogil bauen wir nicht äh Luxusgeschwindwachs ok das müssen wir auch unbedingt noch machen ach so ja das sollte man vielleicht tun aber sonst einfach Standard Dünger ok dann mal machen wir das nochmal machen wir das nochmal nochmal Standard Dünger machen wir alles weg also wir haben 500 Hz das machen wir auch 200 ungefähr ja ja mach alles weg genau oder alles direkt alles ok gut dann machen wir alles weg ja können wir immer gebrauchen ja ok das könnte jetzt ein Weilchen dauern na gut hier fast gar keines mehr hin ja gut aber wie gesagt wollen wir da überhaupt noch oder wollen wir nur das hier gäbe abzuhören stimmt ist doch eigentlich irgendwie sinniger nicht dass die Viecher da wieder rumlaufen das war ja schon echt ein bisschen nervig äh stimmt ja dann können wir das auch noch einen nach oben ja ja wow oh Gott ok das braucht echt mehr Zeit in Anspruch warum habe ich das nicht vorher schon gemacht ah ah das passiert ja dann mach du dir erstmal jetzt dann kann ich gleich in Ruhe düngen oder wie ok 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 dann haben wir jetzt schon wieder 17 Uhr ach komm dann gehe ich hier noch ein bisschen Holz sammeln ein Stück mal wie sauber wird hier auch ich sehe das alles einmal einen nach rechts ach ist das ja ja aber egal ok ok das aus äh ganz außen rechts ist quatsch man kriegt doch echt einfach so lehm wie man alles blöd ey ah ach das ist halt selten einfach mach dich nicht selber so fertig hm ist schwer ja nein jetzt habe ich wieder vergessen Aussparung für die Vogelscheuchen ey fast achso oh was ist das denn nun der ja Unkraut wie ich Unkraut hasse hier montón ha furchtbar 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 also das geht auch so mit dem so jetzt ist einigermaßen aufgerollt hier so du kannst jetzt auf jeden fall dünnen okay dann bin ich die reihe wo die vogelscheuchen sind ja okay dann werde ich das das ist ja nur ein aber auch so dann machen wir so gemacht das große geld die vogelscheuchen weiß ich immer noch nicht okay einfällt schon mal völlig gedünnt theoretisch auch schon mal direkt an pflanzen machen wir hier mal machen wir hier mal ja das war letztes mal schon so ein bisschen ich weiß nicht wie die vogelscheuchen die müssten eigentlich in der mitte stehen ja meinst du wirklich nicht dass unsere teure saad jetzt hier aufgefressen wird das ist aber auch irgendwas zu pflanzen was ein stil dabei hat ist man das ist ja echt nervig man kann ja gar nicht da herlaufen jetzt habe ich eine taktik gefunden ach komm nein jetzt komme ich da nicht mehr zwischen jetzt habe ich eins ausgelassen ist das scheiße ja ich darf einfach nicht den fehler machen dass ich hier da sie sind da komme ich nicht mehr ja dann können die anderen die auch ganz ab ernten ach ach ist er obwohl gehen die denn nicht dann weg irgendwie auch ach wie sollen wir das denn müssen wir die halt vorher müssen wir alle kaputt machen also ab eben nur scheiße kriegt man die nicht wieder kommt man ja jetzt ja stimmt man kommt ja gar nicht dadurch werden bei den boden immer eine reihe freilassen ja warte mal dann lassen wir jetzt einfach eine reihe und dann kommt jetzt wieder hier so da kommt man ja und dann haben wir das feld jetzt hier auch schon fertig dann ok ja das hat auch wir sollten auch mal eben schlafen gehen glaube ich aber das war das alles kacke ja dann müssen wir es halt kaputt machen was soll da wird uns auf jeden fall wie noch einbringen dass wir das ja ich denke auch mal ok ja sind doch passable einnahmen hier ist schon der zweite tag ja dann ja dann wenn wir die folge doch mal eben jetzt wenn wir schon weiter gemacht aber dafür nicht zu lang werden ich sag dann war bis zum ja immer noch zweiten tag sind wir dann bis bis dahin 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 bis dah